ja hast du das verstehe ich nicht mal jetzt die überwürgen noch gar nicht runtergeführt keine ahnung kann man nicht aber es ist mal da mache ich einmal die überwürgen ob die einfach macht es bei mir so viel Was ist denn der Unterschied? Holy shit, wo Ame ich gerade hin? Jaa, im Büro habe ich auch Screech angemacht. Hä? Was ist denn jetzt los? Was ist denn das? Let's really talk about this grade.